Wie stehen Sie zu diesen Aussagen? Hier geht die deutsche Leitkultur. Es gibt zwei biologische Geschlechter. Kriminelle soll man nicht einbürgern. Finden Sie normal? Im Bundestag sieht das außer uns niemand so. Niemand außer der AfD will sich zur Industrie bekennen, den Asylmissbrauch anprangern oder klipp und klar sagen, nie wieder Lockdown. Wir sind in Berlin Ihre Stimme. Spendieren Sie dem Establishment eine Opposition. Spenden Sie jetzt der AfD unter afd.de.